ein dienstag und heute ist friseurtag was thematisch super passt denn ich habe einen absoluten bad hair day das ist alles ein einziges gestrüpp hier ich weiß nicht wie das heute passieren konnte deswegen umso besser dass hauke ran kann ich war ja jetzt vor ziemlich genau zwei monaten bei hauke und ja auch das erste mal bei diesem friseur und mit dem von länger zu kurz und war ja super zufrieden wo ich falle und ich möchte versuchen ihnen zu überreden ob wir dieses mal noch ein bisschen kürzer werden können also wir sind ja letzt mal glaube ich auch nur so bis hier gerne ich würde ihnen gerne überreden dass es hier gerade noch so hinters ohr geht also wirklich bis hier ab und dann schräg hoch so dass hier hinten das kürzeste bis hier ist das wäre so mein wünsch wünsch mal gucken wie er das findet und ob das dann auch aussieht das würde dann nämlich zeitlich ganz gut aufgehen falls ich dieses jahr tatsächlich zur buchmesse fahren könnte ich dann vor der buchmesse noch mal nachschneiden lassen und dann vor der wildnis und dann vor dem urlaub und dann vor weihnachten das würde genau richtig passen insgesamt ich bin mal gespannt ich werde schauen das hauke mir durchgehen lässt oder mir rät und dann sehen wir uns danach wieder da bin ich wieder und hauke ist einfach der beste also jetzt ist natürlich alles sehr glatt weil ich ja gewöhnlich unter der dusche damit curly girl und was weiß ich alles rummache aber er hat das wieder so toll hingekriegt also es folgt einfach dem haar ist luft sich da so hin total super und von der länge haben wir jetzt tatsächlich hier vorne also gerade so schön schräg hier runter dann gerade so dass ich es gerade noch in das ohr kriegt und dann aber auch theoretisch selbst wenn es dann länger schon rausgewachsen ist hat man immer noch sein ohr ding aber hier hinten ist es noch nicht so arg lang dann hat er wieder total super gemacht wir hatten allerdings ein bisschen unterschätzt weil mein haar ist ja so wahnsinnig dick also ich habe ja einfach so unheimlich viel haar das ist ja ich weiß auch nichts von meinem vater und er meinte so okay nachschneiden ist eine sache aber wenn du jetzt auch noch praktisch einen anderen haarschnitt willst dann hättest du ein bisschen mehr zeit einkalkulieren müssen weil man bucht halt immer so seine timeslots und ich so und dann kam irgendwann schon der nach mir und ich dachte oh nein jetzt werde ich bestimmt gleich gelünscht aber tatsächlich haben wir es dann doch in time irgendwie geschafft also hauke ist einfach ein meister der säbelt dann da so rum und macht da so dinge und man denkt sich was und ja zack frisur wahnsinn okay also technisch gesehen hätte ich jetzt 32 euro bezahlt dafür ich habe ihm aber 40 gegeben weil ich nur rechtens fand bei meiner fair kalkulation und ich bin wirklich wahnsinnig glücklich also das ist wirklich hauke ist einfach der hit in tüten das kann man nicht anders sagen und jetzt ist auch der arbeitstag nicht mehr so dröge weil jetzt habe ich eine neue frisur jetzt muss ich mir nur die ganzen haare aus dem t shirt schütteln gehen ok wie verdammt groß kann denn bitte eine strickjacke sein so krass also wenn die am ende nicht passt fresse ich einen besen dann flippig aus bp4 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, heute wird hier an allen Fronten gekämpft. Das hier wird bald final sein, es dauert ewig. Dann habe ich heute schon mehrere Cover fertig gemacht. Ich habe auch heute so einen Lauf. Also ich hatte unheimlich viele Kunden-Mails, wo es so gleich so in der ersten Runde so, ja, so nehme ich es so total super, super, vor allem jetzt kurz vor der Schreibzeit. Wo es natürlich mega tragisch wäre, wenn jetzt alle irgendwie noch 50 Runden haben wollen und ich es dann vor der Schreibzeit nicht schaffe und entweder die Schreibzeit absagen muss oder meine Kunden unglücklich sind. Ich habe da tatsächlich immer nur einen Kandidaten, der schon irgendwie Runde 15 macht, wo ich langsam so denke, okay, jetzt entscheide ich auch mal. Naja, aber das läuft ziemlich gut. Dann bin ich fleißig bei der Tagebuchproduktion. Ich habe mich jetzt entschieden, die Fotos alle mit so einem Zeckelrand zu machen. Mir waren die einfach zu groß. Es gab leider keine kleinere Größe zu bestellen, sinnvollerweise im Netz. Dadurch werden sie etwas kleiner und haben auch so eine Locust. Das ist eigentlich ganz cool. Das Papier ist mittlerweile da, da spiele ich jetzt noch rum. Das muss ich dann alles noch drucken, aber das mache ich immer nur so zwischendurch, so 20 Minuten. Und irgendwas war noch. Ah ja, Sport habe ich heute auch schon gemacht. Also insgesamt komme ich heute ganz gut durch, was immer gut ist vor dem Wochenende, denn dann ist ja schon wieder die Woche um und die To-Dos stapeln sich. Also nicht die Tagebuch-To-Dos, aber Kunden und Co. Ich finde es ja immer, also mir hilft es unheimlich, wenn ich viel zu tun habe und gestresst bin, wenn ich dann ganz viele kleine Inseln habe, die ich so abarbeite. Also stundelang am Cover, dann halbe Stunde zusammenstricken, dann, weiß ich, 20 Minuten Tagebuch, dann halbe Stunde Buchhaltung. So, dass es nie eine Sache, die einen so total verkrampft und nervt gibt. Das mache ich jedenfalls immer so. Andere können es vielleicht anders besser. Aber mir tut es total gut, wenn ich weiß, irgendwann ist dann auch jetzt wieder Schluss mit dieser Sache und ich kann eine andere Sache machen. So mache ich das heute den ganzen Tag. Und ich habe eine Allergie. Wo kommt die denn her? Das hier ist Baby 4. So, das hier ist das Original-Baby, das riesig ist. Baby 2 hat meine Mama, Baby 3 hat meine Oma, 4 hat gerade einen größeren Topf bekommen und darf jetzt hier stehen. Baby 5 ist hier und es ist ihr vielleicht zu kalt. Sie hat schon ein gelbes Blatt. Andererseits glaube ich, dass sich sie am Anfang zu wenig gewässert hat. Sie wird es schon schaffen. Der Grund, warum die alle Baby heißen, ist, dass die Original-Pflanze, die große, als wir sie gekauft haben, so winzig war und wie ein Baby aussah, ganz klein. Und deswegen haben wir sie Baby genannt. Wir wussten ja nicht, dass sie zu einer Art Todesschling-Pflanze wird. Aber jetzt heißen die alle Baby. So, ein Samstag. Ich habe schon geputzt. Ich habe solche Kopfschmerzen heute. Ich habe so mega trockene Haut. Mir fällt das hier alle so entgegen. Vielleicht kann ich da in der Schreibzeit mal ein bisschen Wellness einlegen. Mir denn jetzt einkaufen. Und am Sonntag würde ich dann vielleicht gerne versuchen, dieses Tagebuch fertig zu kriegen. Das wäre richtig cool. Ich bin auch schon sehr weit mit meinen Rezepten und allem für die Schreibzeit. Und ich wollte mir noch rausgucken. Ich glaube, dass da in der Nähe von der Wohnung auch gleich Weiden sind. Und ich dachte, es wäre ganz cool, wenn das so ein bisschen wie in der Wildnis ist, dass ich dann so Weidespaziergänge machen kann. Das wollte ich mir auch noch rausfummeln. Heute finde ich irgendwie knatschig. Ich hasse es, wenn man schon morgens Kopfschmerzen hat. Jetzt muss ich eine Tablette nehmen. Das finde ich eigentlich überhaupt nicht gut. Aber ich mache es mal. Diese Woche habe ich leider überhaupt nicht abgenommen. Ich habe zu viel genascht. Ich habe es auch schon gemerkt. Ich hatte irgendwie Naschbedarf. Es war ein bisschen stressig auf der Arbeit. Böse. Jetzt bleibt mir noch eine Woche bis zur Schreibzeit, um noch ein Kilo loszuwerden. Ich glaube nicht, dass das klappt. Aber immerhin. Ich habe mir mal in meinem Fitbit, ich habe das alles nachgetragen, die ganzen Gewichtsstände der letzten Jahre. Das hatte ich sonst in einer anderen App. Und wenn man die Kurven immer so anguckt, dann bin ich sonst jetzt schon so auf dem Weg Richtung 65 Kilo. Und dieses Jahr habe ich es tatsächlich geschafft, unter der 60 zu bleiben, das erste Mal. Und das war ja auch das Ziel, was ich mir Ende der Wildnis gesetzt hatte, dass ich die Weihnachtsphase diesmal überlebe. Wobei es bei mir gar nicht so zwingend am Essen, am Weihnachten liegt, sondern eher meistens daran, dass ich aus irgendwelchen Gründen mit dem Sport aufhören muss. Ein Jahr war es ja irgendwie eine Knochenhautentzündung oder wie heißt das? Am Schienenbein war das. Letztes Jahr war es eine Infektion. Also irgendwas ist dann auf einmal immer und dann kombiniert mit zwölf Stunden am Tag sitzen und normal essen, ist dann sofort fünf Kilo drauf. Dieses Jahr scheine ich es zu schaffen. So, heute ist Freizeittag. Ich habe mir gerade schon die Nägel lackiert, habe ich ewig nicht farbig gemacht. Ich habe es überhaupt nicht hingekriegt, ich habe überall übergemalt. Und hier bin ich jetzt schon krass in der Tagebuchproduktion. Und dann habe ich auch gerade mal angefangen, wieder ein Newsletter aufzusetzen, das wurde auch mal Zeit. Aber als nächstes, wenn das dann alles ausgedruckt ist, will ich dann mal die Fotos einkleben und dann koche ich eine Pastinakensuppe. So, das ist jetzt final ausgedruckt. Mal gucken, wie das durch die Fotos dann noch aufgeblasen wird. Jetzt geht es aber erstmal an die Pastinake und dazu gibt es natürlich wieder die kleinen Brötchen. Mal gucken, wie das durch die Fotos dann noch nicht. Mal gucken, wie das durch die Fotos dann noch nicht. Untertitelung. BR 2018 Hier ist tatsächlich die falsche Jahreszahl drauf. So ein Scheiß. Aber es macht nichts, weil ich habe tatsächlich diese Bindung nochmal neu bestellt, jetzt in etwas größer. Es passt zwar gut, aber aufgrund der Fotos bläst sich das ja schon sehr auf und da würde ich einfach eine größere Bindung noch nehmen, damit es etwas geradliniger ist und damit auch der Bundversatz, also dass es hier unten so rund rausguckt, etwas weniger wird, ohne dass sich den Druck ändern bzw. zuschneiden muss. Okay, dieses Experiment hat den ganzen Tag gefressen. Ich bin super glücklich damit. Neue Bindung und neue Jahreszahl kommen noch drauf. Und dann hat sich dieser freie Sonntag auf jeden Fall gelohnt. Okay. Okay.